Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Kommunikation ist das A und O, ist ja klar. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten, haben wir oftmals einfach Teilnehmer im Team, die unterschiedlichen Alters sind, unterschiedliche Herkunft haben und das kann durchaus eine Herausforderung darstellen. Das stimmt. Heute arbeiten vier bis fünf Generationen in einem Unternehmen, die alle mit unterschiedlicher Technologie groß geworden sind und auch privat ganz anders kommunizieren. Das Schöne ist, alle finden sich in Teams wieder und können an einem Ort zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit findet in den Kanälen statt. Wenn wir jetzt hier unter Actions einfach mal eine neue Konversation starten, dann würde ich hier auf das A klicken und eine Überschrift einfügen zu diesem Thema, was ich hier publizieren möchte. Und dann schreibe ich dazu einfach noch einen kleinen Text. Und wenn ich das dann abgeschickt habe, dann ist das sehr schön übersichtlich. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen sehr formalen Text zu schreiben. Bei mir sieht man schon, ich habe es sehr informell gemacht. Also sowohl beide Wege sind möglich. Also da ist man sehr flexibel. Das ist ja cool. Was ich besonders da auch mag, wenn ich jetzt hier mal Antworten klicke, kann ich nicht nur Smileys hinzufügen oder eben auch diese GIFs bewegten Bilder, sondern auch Sticker selber personalisieren, sage ich mal. Und schon haben wir etwas Individuelles im Kanal. Super, Lisa. Vielen Dank. Kriegst du gleich ein Like für? Dankeschön. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020